Alles klar! Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Slime Ranger. Wir hatten das letzte Mal einen Plurt Collector gesammelt, äh, gesammelt sei schon, gebaut. Den wollen wir jetzt mal hier auf Herzen... uh, 42 Stück. Okay. Auf. Nehmen wir gleich alles mit. Wir brauchen Geld. Hast's? Ah, bin jetzt gespannt. Das müsste ja noch automatisch verkauft werden können, das wäre genial. Okay, 556. Ich würde sagen, das ist doch mal eine Ausbeute, die sich seelen lassen kann. Da können wir gleich wieder was bauen. Das schaut's denn hier aus. Alter, das kann... Okay, irgendwie läuft es bei euch, haben wir wieder ein paar Old Chicken da, jawoll, komm mal her und kommst zu anderen Old Chicken, schön, was können wir hier jetzt noch bauen, Autofieder, Solar Shield, Music Box. Okay, dann würde ich sagen, wir graden den Shit jetzt auf, High Walls, dann würde ich sagen, eher nicht, ich kann es mir nicht leisten und dann holen wir uns jetzt noch solche Stacheligen und dann überlegen wir mal, mit was für die Kreuzen die Stacheligen. Die essen jetzt Vegetarian, ich will die nicht mit den herkömmlichen lumpigen Oranien, äh, Rosanen hier kreuzen. Ja, eher mit was anderem, hätte ich mir gedacht. Die Frage ist nur mit was, oh, was bist du denn? Geh doch mal weg. Was war das denn? Was war das denn? Klinglingling, 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 hat er die ganze Zeit gemacht. vielleicht da wird er was geiles verpasst gerade kann sein wir werden das nie erfahren sehr mysteriös doch keine informationen gekriegt ja slimmies okay Okay. Fruit und Veggies. Wäre eigentlich genial, wenn man die zwei kreuzen würde, oder? Meat. Wir schauen mal weiter, was es noch so gibt. Chicken. Chicken. Gehen wir noch mal zu dir. Hui. Jetzt gibt es kein Falscher. Oh. Äh, das ist ja. Ich bin immer noch unschlüssig, was diesen Herren hier angeht. Okay. Aber mir kommt vor, der wird, sicher wird der größer. Oh. Klar, wenn ihr daran denkt, wie klein der Mann, oder? Doch, schon. Hm. Schwierig. Ah doch, der ist schon größer geworden. Der ist auf jeden Fall größer geworden. Neuer Plurrer. Ne, ne. Geht weg von mir. Geht weg von mir. Die sich da dann freisprengen können. Wenn man die da so gezüchtet hat. Neuer Plurzer, hier. Neuer Plurzer, hier. Ich laufe mal weiter. Was habt ihr denn noch Nettes für mich? Wie soll er rausploppen? Geh doch weg. Da ist doch irgendwie was Böses. Wo ist es? Ich habe es doch genau gehört. Wo ist das Böse? Jetzt ist das Böse. Da ist er. Weg mit dir! Ist er noch da? Nein. Nope. Was haben wir noch mal gerettet? Gut, da ist nichts was wir haben wollen. Weiter gehts. Was ist denn da los? Wie kommen die die ganze Zeit her? Herr im Himmel. So. Was haben wir denn hier schickes? Zwei Putze. Oh! Da ist noch so einer. Uh, ungefähr. Wow! Oh! Die schauen ja richtig krass aus. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Das ist Wasser. Du bist nicht böse und du darfst bleiben. Aber du bist böse. Weg! Haha! Böse, böse! Du bist auch böse. Weg! Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich finde nie wieder zurück! Glühwürmchen. Uh. Uh. Uh, 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 uh. Uh. Uh, uh, uh. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Okay, Slime Key. Wo kriegen wir den Slime Key her? Wo kriege ich diesen Slime Key her? Habt ihr was damit zu tun? Er hätte jetzt Stone Chicken mitnehmen können und dir da ins Gesicht hauen. Ah, da ist schon wieder so ein Böse. Komm mal her. Böse ist nicht gut. Weg mit dir. Ich will eine Welt, in der das Böse ausgerottet ist. Ein bisschen Friede. So, Flöre haben wir 20. Haben wir auch ein bisschen. Gut. Scheiß auf die Frucht. Lässt ihr mir was da? Jawoll. Nehmen wir Stonehen mit. Stonehen. Was wir noch so alles haben. Haben wir noch ein paar Stonehen? Nein. Naja, viel haben wir ja jetzt nicht zerrissen, würde ich sagen. Oder? Gut. Gut. Dann kriegt man da Schaden, gut. Und weise ich das auch fürs nächste Mal. Ja, ja, es ist nicht leicht. Eigentlich hätte ich jetzt Essen mitnehmen sollen. Ja, dabei ist der Bart. Aber irgendwie wollen die da rüber, kommt mir vor. Na gut, dann verkaufen wir jetzt schon wieder eine E-Mail. Wie viele E-Mails soll ich denn jetzt lesen? So, Stonehen. Passt. Wieder ein paar alte. Keine alten. Gut. Dann gehen wir die E-Mail lesen. Das ist aber auch... Woran sieht man denn jetzt, welche man schon gelesen hat? Das habe ich schon. Okay, haben wir auch schon gelesen. Haben wir auch schon gelesen. Haben wir auch schon gelesen. Okay, und weg. Dann würde ich sagen, schlafen wir mal bis zum Morgen. Und gehen wir auch schon wieder raus. Wir können noch ein bisschen Plache verkaufen. Sehr gut. Und jetzt haben wir 558. Sehr schön. Das gefällt mir. Das heißt, wir können jetzt gekauft. Das können wir auf jeden Fall kaufen. Passt. Und dann haben wir auch schon wieder auf jeden Fall. Und dann nehme ich gleich mal einen Schluck. Ich bin ja schließlich professionell. Und von dem ganzen Quatschen wird der Mund so trocken. So. Können die eigentlich auch verhungern und sterben? Und wann ist der Scheiß hier eigentlich fertig zum Ernten? Wachst mal schneller. Ich muss eindeutig mehr zum anbauen. Und dann bauen. Jetzt haben wir hier. Der Grotto. Greta und Otto. Ja, das Leben vom Melkern. Gut, das ist anscheinend auch eine Erweiterung für die Farm. Ich würde jetzt noch gerne Karotten da ernten. Aber anscheinend. Wir sind schneller. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Schnell, 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 schnell. Bevor wir hier wieder die Fresse zuschlagen. Das hatte ich nämlich gerade gar nicht am Schirm, dass wir das. Ne, ne, ne. Ach komm. Dann frisst ihr es mir wirst. Die wandern langsam nach vorne. Kommt mir hervor. Passt. Da unten dürfte schon wieder alles weggefressen sein, oder? Nein. Okay, die Karotten sind voll. Dann können wir hier noch Pinkelton mitnehmen. Passt. 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 Gut. Aber ich glaube, dass diese Dingelsbummels da schon gar nichts mehr wert sind. Achso. Kann nichts mehr mitnehmen. Weg mit dir. Hm. Hätte schon Lust den jetzt richtig voll zu füttern. Geh weg. Nehmen wir da noch einen mit. Geh weg. 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 Gut, dann haben wir wieder was, oh, da können wir ernten, sehr schön. Das heißt, wir können unseren Slime jetzt endlich wieder was zu fressen geben. Und sie können pinke Plörre herstellen. Okay, können wir noch nicht. Lassen wir jetzt aber eine da, weil ich glaube, dass dies baut gleich. Oder? Dies baut du? Schauen wir mal, was passiert, aber da können wir vorher noch verkaufen. Da hast du nur 7 Wert, okay, okay, 350. So, was passiert da jetzt? Zack, sind weg, okay, gut, Elder Chicken, nix, gut, weiter geht's. Wir wollen hier das weg, wir wollen das jetzt nachher abgraben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, haben wir, dann können wir das auch noch verkaufen, aber da nehmen wir gleich alles. Okay, das muss doch von hier treffbar sein, oder das Ding? Geht sogar tatsächlich. Und 700 Blei, irgendwas, sehr schön. Das heißt, wir können da jetzt Fluoreszenz-Schutz machen. Oder Sonnenschutz. Tadaa. Das heißt, die Nacht kann kommen. Hatte schon wieder eine E-Mail. Wollte mich verarschen. Das heißt, wir können rein theoretisch. Musikbox 350. Das können wir dir noch. Plurt Collector 500, das könnten wir noch machen. Ich glaube, der ist Assi, der tut weh. Okay, was würde man kriegen? Ne. Ne. Jo, dann machen wir jetzt noch eine kleine Farmrunde. Wenn wir die Farmrunde abgeschlossen haben, dann machen wir drüben noch einen Plurt Collector. Und dann dürfte die Nacht schon da sein. Und dann werden wir versuchen, so einen zu fangen. Und die dann mal kreuzen. Und das Ganze wird dann allerdings erst in der nächsten Folge stattfinden. Weil nach der Sammelrunde ist, wie gesagt, eine Folge wieder vorbei. Tadaa. Gebt wir all euren Kot. Okay, und weiter geht's. 17. Drei noch. Wie soll ich nicht mal anstrahlen, die voll gefressen haben. Ah. Sehr schön. Die kriegen wir noch wieder weg. Ich will nur die blaue Kacke. Da kann noch blaue Kacke sein. Hahaha. Schön. Ich hoffe, man kann noch irgendwie die Anzahl von dieser Kacke erhöhen. Dann... Oh. Feine Sache. Feine, feine Sache. Schön, schön, schön. Das war jetzt sehr gierig. Was hast du jetzt ausgespuckt? Sehr schön. Dann gehen wir noch eins weiter. Auch wenn ich jetzt weiß, dass ich nicht mehr so viele blaue krieg. Aber vielleicht ein bisschen Katzenkot. Oh, das ist noch besser. Wie die Pinken da alles wegfressen. Oh, 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 oh. Gerda. Hm... Die sehe ich zum ersten Mal. Die Frage ist er... Ha! weg mit dir das muss ich jetzt in Sicherheit bringen das tut mir leid und dich nehmen wir auch mit leider müsste er jetzt wieder so kann man es auch machen ich habe da allerdings die Angst dass das Ding dann irgendwann kaputt geht und das wäre schade weil ich kann jetzt nichts aufsammeln vielleicht ist da auch irgendwann mal was richtig seltenes drin ich weiß zwar nicht was das sein könnte oh oh ok ist noch ganz gut sie scheinen nicht kaputt zu gehen wenn man so nicht gegen eine Wand schießt das ist schon mal von Vorteil da kann man das Ding nach Hause bringen oh oh ja das war jetzt pop die mal da ist ja noch eine die ich nicht kenne okay Karotte ist klar Heartbeat hier rein chicken da rein ähm ja dann wollte ich da drüben noch einen Flirt Collector bauen ja dann würde ich sagen ballern wir den dann noch wieder rein hier kriegt für später die auch noch rein sa du kommst jetzt aber her und gehst da rein zack jo läuft dann würde ich sagen wünsche ich euch noch einen schönen Abend eine geruhsame Nacht wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben über ein Abo würde ich mich auch freuen für Tipps und Tricks einen Kommentar aus der Rhein aus der Rhein Untertitelung des ZDF, 2020